ja hallo und jetzt willkommen zu dem letzten regulären spieltag in der ja auch fake bl sage ich ja mal schön gegen die löwe ja der hat so ein bisschen starmi in vernehmen so richtig ja tolle starke action wir haben das mal aber auch spexier dabei ist er ist nämlich strong wir kämpfen mal kolossier und kristall und ja wir haben auch niederkinder beide so rocks legen super fern tatsächlich erst mal dabei bin sehr gespannt wie der funktionieren wird wir haben ein bisschen matches dabei der ist natürlich auch ziemlich nice der sauber nicht getrappt werden deswegen kobe bayer und wisp und hb fighting und so es gab die raindance ist bedarf der fäbe weil irgendwie wollen wir trotzdem moral und elektro für den regen und ja im kampf geht es für mich jetzt irgendwie nicht mehr so viel ich hatte anfangs gedacht tatsächlich dass also in die meisterschaft geht turns out ist ein play aus habe ich jetzt so zwei tagen erfahren in regeln steht nämlich auch dass der erstplatzierte gewinnt aber anscheinend wurde sich für play aus entschieden und ich bin recht spontan liga gekommen und das hat mir wohl keiner gesagt also geht es nicht um nicht so viel gerade weil wir sind safe play aus ich stehe 6 0 also da brauche ich jetzt nicht zu befürchtigen aber ja wir wollen trotzdem gewinnen nur weil kennen mich noch ich mache das ja jetzt lang genug so gucken wir mal gut was haben wir denn hier ist pikachu dabei ist das nicht ist das nicht crazy okay ja gut sind seine zwei ja es ist da wie dabei ist ist ein fehlender bei stil ist dabei große fett bei woher der ist crazy gut das problem zwei dabei und es ist pikachu dabei ist das nicht verrückt pikachu ja es gab dir sieht gar nicht mehr so gut aus überraschender weise hätten wir damit rechnen können vermutlich ja ist so ein bisschen die frage was vielleicht ein guter lied hier wäre not sure eigentlich nido queen wenn ich mir das so angucken block zu legen klingt eigentlich ganz geil alternativ wäre natürlich einfach sedra king einfach meine specks hydrofarm drücken auch irgendwie ziemlich cool sollten wir die möglichkeit haben aber nido queen covered halt so was wie in vernet der hat einfach liegen möchte vielleicht und hat irgendwie so eine youtube rausholen dann kriegen wir rock sondern collars da haben wir aber dann spinnen möchte es auch so ein bisschen eine frage wenn wir damit ist wie es achimus matches haben also weiß man ja nicht er kann mich nicht treffen also habe ich jetzt nicht muss man tatsächlich mal schauen was der junge mann hier so vor hat also ich finde das gar nicht mal so unvernünftig und ich glaube das machen wir jetzt auch und liegen dann legen rocks ja doch klingt gegen vernünftig ich hatte sie tatsächlich nach einem größeren feld aus als es also man vielleicht meinen markt das ist ganz wild weil er auch recht fast ist also das könnte interessant werden aber der tanker nix das hat das praktisch aber das fast als viel ist also das ja gut fast als drei von uns aber also den darf man nicht unterschätzen das will ich nur sagen aber let's go wie gucke mal so tonight i will start a fight the time is come for us ist doch schön gucke mal da wie du kriegen gegen stil x sanften kristall ist das nicht wunderschön dringend auf power man ich könnte auch rocks drücken so was eigentlich der play ist aber ich könnte auf power drücken er könnte aber auch einfach selber auf quick drücken ist auch so ein ding macht er das gab er wird auch rocks drücken ich habe es einfach so ein greeting jetzt ich glaube wir begrüßen jetzt einfach indem er bei rocks drücken ich glaube das wird so passieren ist auch okay sich einfach mal so zu begrüßen von einzelnen box legen das ist einfach das gehört aber zur guten küche wollte ich gerade sagen aber er ist einfach nett das gehört aber dazu ich könnte auch speck sein ich könnte auch einfach sehr offensiv sein also da muss auch aufpassen so special ist jetzt gar nicht mehr so schwach gegen stil x ja aber gucken wir drücken erstmal rocks auf jeden fall chips schaden ist nämlich wichtig crowbar nervig und so miss mages kann sich ein bisschen frei bewegen weil den zu treffen wird nicht so einfach also dementsprechend passt das so rocks draußen drückt straight rp verrückt ja mal nicht so viel naja ungeheuer ist was anderes ich drücke super zahlen ich gehe mal vom switch aus aber ja das ist doch fein und wenn nicht dann gehen wir im probit nach trotzdem aus der ist komplett spät stuff wenn nicht aber trotzdem macht super zahlen mehr als normale erdkräfte wenn der komplett spät sind ist also super zahlen erstmal der play und ich gehe von eher sowas wie crowbar aus und deswegen ist ja hier sowieso der plan super zahlen und ich möchte am switch up ein bisschen lefties kriegen also backslash alles mein player sowieso drin bleiben ne also passt das erstmal guck mal war mal was er sich jetzt überleben überlegen wird und drin wird ok immer mein zahn ist nach 50 prozent rocks kommen hätte man mit rechnen können aber der ist auch schon mal angechippt ist das nicht schön so jetzt ein bisschen die frage gut ist wenn durch und dann super zahlen besser gewesen ist richtig jetzt trotzdem super zahlen drücken eigentlich schon den lässer ja nicht anschippen er bleibt drin verrückt super zahlen ist ja das ganz schlecht das ist ganz schlecht super zahlen ist gewesen das das war jetzt gar nicht gut vor allem den hier brauche ich ne also dass das jetzt nicht so schön jetzt kommen bei crobert rein also ich meine vielleicht bleibt da trotzdem noch mal drin aber ich sehe jetzt einfach crobert reinkommen ach ja das war ganz schlecht das war wirklich sehr sehr schlecht weil stilix low gewesen der komplett fallen gewesen aber so naja so ist schlecht weil es gab ratchi wieder den zählen aus und silicon ist muss man einfach gestehen der sieht einfach crazy aus deswegen naja gut ist jetzt nicht so passiert offensichtlich also ja gucken wir mal vielleicht denkt er sich jetzt aber auch so ja die do queen loswerden das ist ja auch ein ding okay ja gut dann halt eben das ich mal kriege immer noch der mensch auf dem das ist alles feiner sich okay der ist auch rechts bedarf aber das ist das ist ziemlich gut für ratchi das ist ein trade in nämlich glaube ich weil effektiv der ist jetzt halt fast dauern das heißt der kann auch ratchi gar nicht mehr so checken und das eigentlich alles was ich möchte ich möchten stilix was nicht mehr viel macht so was machen wir jetzt abrufen machen jetzt einmal den entfernen check verloren das war vielleicht nicht so smart turns out ist jetzt der play einfach reinzusetzen einfach reinzugehen hp water dinge machen vielleicht ist lustig warum nicht einfach machen warum nicht einfach machen also können wir mal können wir einfach mal fast wir haben hp water ist doch alles fein aber es kann noch viel passieren ja es kann viel spannend kann sein dass ein skarfer dabei hat aber ich mein kinder im regen sieht halt gut aus ja und ist ja das womit ich halt hier ausgehe dass das eine schöne sache ist kinder im regen und ging der regen gegen rocks ging am regen kann mit kann nach rocks polygon komplett spitz dev polygon 2 mit title von außen so das ist doch das womit ich jetzt erstmal ins game geht also von da aus nehme ich das und mit hp water fetten wir hier gerade den chaos und gegen alles andere was reinkommt freden wir dreidens also von außen nehmen wir das doch mal so gucken wir mal und vielleicht könnten einfach generell mal hier gleich eine explosion was er eigentlich auch feind er aber liegt sehr lange auf jeden fall ja ich glaube für ihn kann es vielleicht sogar noch was werden ich weiß es nicht wo wir mal gucken aber schauen wir mal okay er ist sekt auf jeden fall den nicht er geht in den polygon fair enough ja also da ist vorüber jetzt hier ich wollte nicht spoilern aber ich habe gespoilert tut mir leid starten und ein die hp water hat nichts gemacht es können trick kommen das wäre eine wilde prep ja aber dann ist der trick ich will es wissen wir drücken auf wie es die regentanz wenn es nicht ist dann ist gut wenn so wie viel machen wir eigentlich mit einem pappen regen menge offensiv stehen wir wenn wir nicht offen sie wäre es ja gut aber das müssen wir ausfinden ja das ist aber fein regen ist draußen und jetzt buchen wir halt einfach mal in da einfach mal rein gucken mal was passiert so so explosion 2 da machen wir auch ein bisschen schaden ist doch schön hat ein besser player zu cover aber wenn er das halt kohlen können sie aus den xs wecken wir auch ein ding aber ja gut wir buchen da jetzt rein gucken wir mal deswegen ist halt egal was spätze wird ein fürster ist das wird ihm jetzt gerade nicht so krass helfen im regen aber wenn einem zwecks gehen wir gehen das einzige was in das heben kann es halt entweder scuff crowbett er ist ganz 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 schnell sein aber ich habe mein kinder nicht so ich wieder sicher dass ich was da bin smarter weise t-waves damit kann ding sein ja aber wir müssen ja ein bisschen dinge herausfinden also machen wir das jetzt einfach gesagt es geht hier nicht um viel dementsprechend wenn wir mal die regen strategie fahren können dann machen wir also verdammt normal ja also ein bisschen was braucht das ist ein bisschen jetzt nervig wie geht es euch so naja ja ich spiel aktuell sehr wenig monst irgendwie ist auch nicht so großes interesse muss ich sagen aber so ein bisschen und jens ist in ordnung ja mal gefragt warum ich kann diese spiele ich habe mich nicht und es ist halt ein krasses zeit invest das ist halt eher so das problem weil ich glaube du musst halt schon viele wochenende dafür geben aber er muss halt die zeit haben gut geld auch das auch ein problem okay wechselt und was aus es zeigt stilix würde ich mal behaupten oder ja alles richtig gemacht muss man sagen aber boom da halt trotzdem jetzt rein elektroball ich weiß gar nicht was geht es geht okay das ist gut es ist so oder so gut weil es kraft hier halt gut aussieht da habe ich eventuell meinen laptop und das ding sagt wenn wir es da wie auswählen aus noch ist das so dass sogar den skratzen mit seinem headbutton also von da aus ich will nicht sagen aber so oder so finde ich das gut so jetzt gehen wir auf kinder mal gucken was er mit star mit gegen uns macht wenn wir kommen jetzt dann safe also da kommt nichts anderes kann ich mir schlecht vorstellen wäre zumindest sehr seltsam ich glaube er muss 6 0 gewinnen also das hat er auch schon mal jetzt nicht aber wir gucken einfach mal ich meine es wird schon wie auch nicht so einfach sein wie rocks legen regen setzen und kinder gehen das wäre auch irgendwie ein bisschen zu einfach für dieses game aber wir gucken einfach mal oh mein gott da werte damit gerechnet wir können doch einfach eine draco trocken oder ist es nicht einfach ein draco trocken muss ich mit gegentürns überlegen und zwar bei eigentlich ist es einfach draco trocken oder denn einfach ausnocken und dann wieder star mit king danach gehen habe ich in den grund den ich einfach draco zu droppen und den kill zu claim warum will ich unbedingt jetzt schon gewinnen und dann ist es nicht warten ja wir doch mal von der draco nämlich damit ist doch auch alles okay hat sich jemand mal beschwert dass du einfach ein kill mitnimmst ich glaube nicht ich glaube das war kein großes probleme von dem kind mitzunehmen wir können wir immer noch was zecken wenn der wie gesagt weg ist dann ist als gab es in der badmacht ja wohl wenn das gaben fernipp ist dann immer meint es gaben für den kann gut gewinnen aber ja nun mal schauen überlegt aber lang ja ich meine er könnte jetzt halt auf draco jobs wünschen okay macht er nicht dass er sind chaos da das doch schon mal etwas gucken wir da auch wieder sehen wir können jetzt raus switchen und dann immer noch worte hoff drücken wenn man noch reins of jerry also eigentlich das ist gar nicht mehr so schlecht glaube ich viele sind star me damit bleiben die rocks eigentlich will ich jetzt etwas abwerfen das ist mein größtes problem am liebsten will ich jetzt etwas abwerfen und dann direkt wieder ein kinder damit ich einfach rühle pumpe spämen kann das wäre so mein meine lieblingssituation gerade aber mal gucken vielleicht sogar surfer wenn ich mir das angucken muss man mal schauen ok aber ja mal schauen was er macht ja p2 kommt wieder rein da kommen jetzt das problem ein bisschen nervig wassertempo gucke mal das lustig ja das ist p2 und das ist nervig ja das problem ist halt das stirbt nicht so schnell dann ist rain irgendwann weg kann das will ich eigentlich gar nicht ich will das gar nicht so müsst ihr wissen pixie gehen er macht hat gefühlt nichts ja es kann mal die donnerwelle das ergänzt es ist pixie wenn es mir nicht gefällt ja es ist pek sie auch wenn es mir nicht gefällt ich habe angst dass wir zu wenig regen zu haben das wird vor wie das ding sein ein mono gekillt er können die pumpe drücken aber ja ja dann auf jeden fall genau das merkt nicht wo w ja wie geoworfen und dann wenn er wirklich bleibt drin bleiben möchte dann toxiken wir den halt aber ich habe angst vor cobert ja ja genau deswegen ist geoworfen der play ja und jetzt dann direkt kinder weil die wird hat wussten also wenn ich dann halt nicht ist aber ja wir gucken hat es auch defensive also wird er probierter unten wusste das ist eigentlich sollte attacken weil kinder super super krass ob es ist aber ist mir egal wir gehen dann trotzdem mal wir haben nicht so viel regen naja also müssen wir die chance auch nutzen ich weiß gar nicht mehr lass mal überlegen elektro hat regen gesetzt eine turn da wo regen war dann lektor boom 2 ging da rein drei flavor ein 456 ich habe immer noch zwei regenturms jetzt nach switchen ja gut aber deshalb komplett fein weil wir sind mit fred drin und kriegen zwei kids so das mal schauen gehen wir krowelt mit surfer manche krowelt mit surfer das ist doof ich könnte als erstes bedev sein könnte aber auch nicht so also ist die wahl jetzt für mich ein entweder surfer oder riegel pumpe server können du auslocken die pumpe wird aus so deshalb die frage hätten wir ja das ist ehrlich das ehrlich ist endlich wieder super zahlen weil das nimmt uns eine turnregen ja das ist das ist ärgerlich das ist ehrlich sagt man so schön weil jetzt in der mark punch hat oder so kann er mich jetzt sicherlich sogar rebenchen mit panther nur früher hätte mich nicht mehr mit mark punch wenn ich gleich hier das server drücken können aber das ist eventuell noch nicht gekillt und das nöde problem bürger die kannst du da so mal missen ist halt immer ein risiko aber ja kann ja trotzdem ärgerlich sein auf wiedersehen regen ist weg oder ja guck mal ich kann immer ein regentürn zählen man immer noch mal zwei kills für kingdra das ist so ein ding ja hätten drei sein können hätten drei sein können ich habe immer noch scuff gfg der gewinnt wenn er seine hat was trifft also von da aus nicht so schlimm ich bin enttäuscht also das war ich meine wir müssen vielleicht das polygon 2 flinchen wenn wir nicht genug chip auf dem schaden chip schaden kriegen mal schauen aber gucken wir mal frage mich was er tatsächlich machen wird was ein play ist er wird sich lange überlegen aber schon mal also mein play ist probiert immer kinder zu säcken ich könnte überlegen den hat noch mal mit rainlands rachi zu holen das ist ein ding was ich konzern könnte wir könnten auch überlegen ob er wirklich schaffen für eine bis das hätten wir gesehen hätten die haltung geht wenn er da reingegangen wäre das wäre gut gewesen haben wir gesehen scuff name weil wir haben halt protect of the table und können halt immer gegen den scouten ich meine dass er gechoice ist es so oder so like wie aber ich hätte es gern safe gewusst aber kieb ich den ist der besser als irgendwas anderes ist schon frage nö dann zeigen wir den jetzt hier auch wiedersehen fragt mich warum er jetzt so lange überlegt aber wir gucken einfach mal hat sie mal sind wieder gut hört das ist eine katze sie darf gar nicht rein weil es wird gekämpft die protestiert gerade wehmen dagegen naja die darf aber gleich wieder rein das sollte nicht so lange dauern naja gut okay gucken wir einfach mal ich meine kann jetzt flammen das drücken das wird wild wenn jetzt denken dass mages kommt rein und dann drückt der flammen blitz und wir bleiben drin und killen ihn auch wo wir veropfern wollen es könnten play sein aber es ist nicht sehr likely wollte ich gerade nur mal sagen es ist nicht sehr likely dass das passiert ja und es ist auch nicht passiert was für ein wunder okay ja haben wir irgendwie live oder sowas gesehen nö ich jetzt wir geben bis matches und finde heraus was das für ein set ist also ich jetzt wenn ihr jetzt halt nicht live ist dann gehen wir halt wir gehen den hier dann und drücken jetzt drücken wir dann die fighting ist irgendwie komisch das könnte der play sein ist aber auch komisch ja komische plays sind auch okay weil halt so polygon 2 ist halt so das switchen aber irgendwie ist auch seltsam aber will-o-wisp gegen panfairn ist ja auch komisch und ich bin fall ja ich bin fall ist halt so der mit crown wenn du halt gar nicht kommen willst wir können auch vollkommen mit und einfach holo-wisp drücken und ich bin fertig machen wir haben nicht so wenig gegen polygons ja ich glaube ich bin fighting ich glaube wir brauchen nicht kommen ich glaube das ist in ordnung weil wenn er jetzt so wird dass er nichts gab ist dann ist so oder so gar nicht so eine schlechte situation wenn der polygons 2 jetzt geht wenn wir die spiefeigen treffen und den taunten dann ist auch gut weil dann können wir den in range bringen das halt rutschen killt und das sind dann gute gute nachrichten er kann aber tatsächlich auch ins mage ist auch mal wenn jetzt problem 2 geht kann an den vernet tatsächlich pivoten auf das mage ist na das ist ein ding das müssen wir konzidern ist nicht so schön so was zu konzidern weil das stellt den ganzen game das ganze game in frage und dass das nicht schön solche dinge passieren ja gut aber ist ja egal genau ich würde ja ich gehe mal davon aus dass heißt es gechoist es kommt pikachu ja gut er will nicht sein ding second deswegen wieder pikachu ist auch alles fein mit kraftreserve gewaltiger schlag jetzt spukball weil er wird ja nicht auf eine hp fighting in seinen polen gehen das ist ja quatsch maxima geht er jetzt in den fördern aber der spukball eh der beste play also ja offensichtlich drücken wir das und sein pikachu ist weg hat nur noch zwei monstern sind diese die frage was wir machen i don't know to be honest keine ahnung polen 2 ist unwahrscheinlich also kommen jetzt bei ferne rein und da wird sich als gar flocken in was und das wird flammelit sein wir müssen dann pixel gehen so komisch das klingt aber sonst sehe ich nicht was der play ist ja guck mal es kommt es ist ja okay bei den torten wir erstmal wenn wir nicht die welt werden und schütteln da also erstmal habe ich keinen bock dass du irgendwie nissen hast also christ jetzt erst mal ein tor da ist ja erstmal grundregel nummer eins wir hätten jetzt auch ein kleff gehen können durchaus auch fair aber der tut angekippt das klingt gar nicht mehr so unvernünftig wird seine attacke aus so die rote seite keine genesung für dich so jetzt können wir einfach doch eigentlich mit der hp fighting down schicken das ist doch eigentlich so eine gute idee dafür haben wir ja so kraft geserven sagt und es macht ja gar nichts das ist schlecht also müssen nur schneller ihn besiegen als er uns dass das wäre gut aber gucken wir drücken einfach weiter in spiel fighting wir sollten noch ein spukbar leben das wäre gut ja und dann guck mal machen also pantherne auf hp fighting bin ich auch ganz fein mit weil der flammelist chip nimmt das ist der chip den wir eigentlich brauchen für ihn so dass das ist okay für mich wenn er sich flammelist chip geben will aber mal gucken könnten jetzt immer noch ein kleff gehen okay er nimmt jetzt aber chips schaden mit von fern und das ist eigentlich voll gut wenn ich das mal so sagen darf so decken dem chip schaden beginnt im kleff ne wir gehen nicht in kleff wir dürfen den kleff gehen wir müssen dafür sorgen dass sie sich hier zu tode anschöpft ja okay jetzt hier flammen blitzt ja müssen wir hoffen dass jetzt die flammen blitzt jetzt kommt flammen blitzt jetzt schippt sich an das ist sehr gut ne weil rocks und so weiter sind ding und er muss jirachi ausknocken mit dem flammen blitz das heißt er muss sich eigentlich mal das mal überlegen wir gehen jetzt auch wc cleff und er geht p2 muss er ja genau und das werden wir einfach seismik schoss damit er nicht in den firmen gehen kann das heißt wir müssen einmal toxiken das machen wir jetzt aber direkt auf dem switchout beim seismik schoss und ich glaube damit kann er nicht gewinnen ich glaube das geht da nicht mehr aber hier gewusst wenn das heißt man kann die reinkommen und so kann er halt nie in ein paar ferne gehen und wir besiegen halt p2 und wir wollen müssen hochgecover bleiben aber der kann drückt hat nahkampf gegen jiri gegen pixie ist dann aber gelockt jiri ist noch auf komplett full hp das heißt er kann die nicht auslocken und damit sollten wir gewinnen also pixie gegen ein paar ferne plan geht voll auf wenn er jetzt flammen blitzt dann kill sicherlich rico das ist auch okay das ist dann auch okay ja ich glaube das sollte fein sein und gepaart können wir nicht werden weil mein tipp hat mir gesagt das geht nicht mit magic also den pbr von da aus nehmen wir das alles nehmen wir ja nahkampf okay dann ist ja sowieso fein weil wir haben ja das heißt es kommt jetzt alles auf den allen gang okay aber das war ja immer alles was ich immer schon mal haben wollte der nahkampf der eine okay gut dass das wussten wir nicht wir haben immer gedacht das choice fair enough ja dann erzählt mir mal nicht ja gut wir haben ich habe bin vom anderen zeit ausgang und drücken zum eisenschädel obwesley und jetzt kommen wir waren wünschen wir peter oder nicht weil wir nicht dann kann er halt mich die weben sind slower er kann sich holen körpern und das ist gg wenn doch gar nichts vergegner auf wiedersehen ort sind unsere behäfer wir waren sehr anerkenn dieses games ja also ja aber 60 prozent gegen 40 prozent darauf kommen jetzt an kann man nichts machen wir kill vielleicht aber auch einfach also das kann auch sein ich weiß nicht wie hoch der ist kann sein also wenn wir da war kill wäre mein favorit weil dann müssen wir nicht flinchen gibt es jetzt auch nicht viel zu überlegen sein play ist die wave mein play sein das könnte auch einfach sein wenn das spätsel ist also das wäre das wäre ein träumchen weil da wir ja gar kein problem so tiefer cover ich alle nicht flinch und down komisch und rachi und game ist erlebt und gab das game gg und die antworten sehr sehr antworten ja wir waren als er andere gegen diesen game mit einhalten müssen und so weiter aber ich ende des tages 16 40 die welt verloren haben meine kann jetzt halt auch miss klicken oder so wir könnten wir sind die schneller ja das ist das ist dann ja das wird 20.000 turnstown bis er uns killt dementsprechend das ist ein vorfeld damit gebe ich auf ich möchte uns nicht beiden mehr zeit stehlen als notwendig und das war dann das game wir verlieren das nur zu eins und damit gg an löwe wir sehen uns in den playoffs ich bin mal sehr gespannt ich weiß nicht gegen wen wir spielen oder wie das laufen wird aber das wird auf jeden fall fahren weil wir gucken uns trotzdem seinen kader weil das ist immer das spannende teil detail bei solchen kämpfen also gucken wir mal rein aber tue man ist klar hex ist immer so ein ding aber man muss natürlich konzert und was hätten auch anders machen können wir sind ziemlich schnell reingegangen mit kingdra und so weiter man hätte überlegen können einfach surfer gegen dings drücken zu können gegen expert weil am ende des tages ja guten du magst jetzt spiel expert ist sechs ich glaube neun achten hatte mal lass mich mal ganz kurz denken ich glaube das ist eine ganz gute row für uns ich glaube das war irgendwie irgendwie 90 prozent irgendwas surfer im regen ist ja kein geld dank 90,8 also mexik piken wir quasi immer problem ist aber wenn er als bedeuten dessen hat und dann wird es schwieriger und deswegen gleich teilen fahren okay das ist einfach ein timid stammys das heißt reko war immer und das ist fein die bild okay ja gut okay nee alles fein haben wir gedacht er hätte gechoice sein können ja man kann halt sagen pixie sack ja war das notwendig fair enough aber ab dem punkt kann ich ja nicht in ein geglaubtes choices panferno marachi reinholen obwohl er außer der stirbt durch recall na vielleicht schon doch vielleicht schon weil wenn er die krie call in rocks range kommt dann kann er ja nicht mehr muss ja doch da kann ich mir muss ändern und dann blaze pixie wir recover einfach ja ich guess es war rachi auf eine komische art wäre es rachi into skars panferno und einfach secken gewesen also das mal gucken hätten wir place hätten der blaze flair bis gelebt wenn das kam für sich nicht gucken wir mal wenn wir okay er damit nicht aber jolly ja aber er wäre immer jolly gewesen wenn das gab gewesen wegen rachi ja aber dann auch mit komischer weise wäre es glaube ich sogar rachi und dann kleff gewesen okay ne fair enough wenn ich mir den schuh an hätte ich besser spielen können hätte es gar nicht drauf ankommen lassen müssen wie gesagt war trotzdem anlage aber er hätte gar nicht so sein müssen also wer schuld ist und schuld das ist ich glaube der trader fein bei rachi sah ziemlich nice aus und ehrlich gesagt rocks legen war da komplett in ordnung hatte was frisst es ja okay dann hätte das surfing gekillt aber das kann ich ja nicht wissen das ist so ein ding das weißt du nicht gucken wir mal ja das ist einfach wirklich regulars blätter nicht mehr max spiel das heißt das wäre sogar immer ein safer kämpfer gewesen okay ja gut an fort schnitt hältst du da ja was heißt hätte hätte leider gegen ist ne ist halt deshalb muss der missen kann genau ich weiß nicht was die rolle da war ja aber das sollte game sein mogelieb gut hast dich also weil der tippe drauf aus okay hp eiswegen gleich ja gut dann sind wir da durch und das wäre es mit dem kampf wir sehen uns in den playoffs dann wieder und ich verabschiede mich dann mal sagte bis dann und ciao